Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau in zwei Schichterfahrten... Die tötlichen Schüsse in Hanau am gestrigen Abend mit insgesamt elf Toten sorgen bundesweit für die Stürzung. Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund. Mein persönlicher Message zu allen Amerikanern. Dein Land ist unter Kontrolle von invisible, secret societies. Wir werden Großes schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017